Krieg In jedem Zeitalter und in jeder Epoche der Menschheit mussten Menschen gegeneinander in den Krieg ziehen. So auch im 19. Jahrhundert, zur Zeit der Napoleonkriege. Jetzt haben die mir wieder rausgesucht, ey. Ja, was soll's. Komplizierte Kleidung damals. Oh, ich höre die See. So, ich guck mal eben, wie spät das ist. Ah ja, es ist Zeit für Krieg. So, was sind wir denn? Äh, gute Frage. Ich glaub, wir sind Briten, oder? Ist ja widerlich, oder? Was bin ich denn? Ah, ich glaub, Briten. Oder? Nee. Nee, sind wir nicht. Blau? Grün? Nee. Ah, gut. Also, der hat meine Mütze. Fein. I mean, the house over there is quite unspecified. And that looks quite fine to me. I've been disappointed, because nobody ever said the fact that it was good. Okay, also, dies ist die Schlacht um, I don't know, Schatten oder so. Oh mein Gott! Alter, mir fliegen die Löffel raus, ey. Da sind meine Mates. Jungs, was geht hier? Oh mein Gott! Wer hat hier ne Flöte? Hat der ne Flöte? Fuck ja. Ich hab's mir ein bisschen anders vorgestellt. Aber Spaß hat's gemacht. Okay, also, mit dem Voice. So, sind wir Franzosen? Ich... Ich hab ein Franzosen-Outfit. Nein. Vive la France à la Allée Le Bleu. Na gut. Wir probieren es jetzt mal irgendwie anders. Ich halte mal die Flagge hoch, bin ich ehrlich. Vive la France! On est le de la droite, vive la France! Vive la France! Vive la France! Allez Le Bleu! La baguette de fromage! Je m'appelle Max Millon. Et je veux, euh... Deschiquiter... Des Allemands! Vive la France à la... On a mal belloinement à la... En garde! ... Écoutez! Les d'assier vos piaîner! Oui, oui, monsieur! Hu! Dude, also, da ist Zoja nun nicht. Hä, ihr flogt eine Rakete rein! Der Spawnkill. I don't know what to do We have ever drei leute mit fahren und ich glaube der wird scharzen Mein gott der wurde gett started buff players show in purple. Okay, also ich buff die die den lilan dreieck haben die buff ich Oh Also das hat jetzt nicht so gut funktioniert Kann ich irgendwie noch mal einen anderen spielen ich würde jetzt gerne noch mal mit dem drummer probieren also Le Jou Commence avec le drum best left click to play a tune Song auswahl Opré de Marblanc Fanchon drumroll ja komm So Jungs, ich will das dir ganz gebt das mal was knallt Feuer Ich werde immer abgeknallt Also je Eher so ein assistant player Allee Also So geht das aber nicht Allee ballern raketen Oh Schön schön Oh da fliegen sie Ich renne erstmal rein Wo sind die mates Allee Haben die uns zurückgeschlagen? Scheiße Bruder Ah sehr gut Sehr gut wir richten Töte 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 Baut schneller Ich baff euch all Du Lade nach und laber nicht Wie geht das denn Ich nehm jetzt mal nen Arzt Äh Doktor Ja wo Wo ist Doktor Doktor Wo Alter ich heil euch Der hat fünf auf einmal Noch zwei Use rocket Komm ey Der Doktor hat es So rein damit Junge Das wird richtig Streuschuss Shit Junge Ich benutze die Kanone Wann ich will Okay Ja 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 klar Dann mach deinen Job So Ja jetzt bist du tot ey Karma So ich heil dich Halt mal dein Maul Ich heil dir So Okay Okay Allee Warum redet ihr Englemore Allee Wow So ich guck mir das mal an Eine Ibo Ein Ei Ein Rosinenbrötchen mit Leberwolf Und dann nehmen sie Bier ins Spiel Ja Ich verstehe gar nichts mehr Aber es ist irgendwie geil was Die sterben hier wie die fliegen Macht die Mucke aus da oben Hit like a rocket Ich würde mich gerne an der Oh 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 Okay ich respawn mal Alter jetzt aber vive la France ey Ich hab ne fucking Axt Und ne Shotgun Hoho Wenn die durchs Tor wollen Alter Bruder Ey ich mein A la Ted ey Ich seh nix Reicht a la Face a la So hier kommt niemand durch Von diesen russischen Schweinen Alter Das wird deren eigene Stalingrad ey Lass mich mal durch Ich hab ne Schrotflinte Ich hab ne Schrotflinte Jaja Da ist der Piper down Alter noch einer Aber ich würd sagen Charge ey Charge Scheiße Bruder Was geht denn eigentlich da O A A A A A A A A So Oh shit Hehehehe Äh Panone, jungel Gibt's nicht Hä Doch Grenadier oder? Gott Ich kann nicht mehr join Nein. Wir haben gewonnen! Ey, das Menü ist irgendwie weg. Jawoll! More, ala! Unumal Belohnement. Wir spielen wie der Franzose. Das hat mir sehr gut gefallen. Vive la France! Ey, nehmen die das hier nicht ernst? Gentlemen, how do we like our women? How do we like our big eggs? Schneid weg! Alter, schneid weg! Gehen sind sie. So, Jungen. Was ne Schei... Ja, die kommen ihrer Arbeit nach. Das finde ich gut. Was ist eigentlich mein Job? Ich bin ne Guard, ala. Ich bin ne Wache. Wo sind die Schweine? Da mal hin. Oh, kommen wir mal nen Lucky Shot, oder? Was meint ihr? Hehehehe. Hehehehe. Vive la France, ala. Nein! Deckt mich doch ihr dummen Köpfe! Kanonier, ala. Wir gehen, ala. Wir gehen, ala. Auf die Flute der Battelle. Und wir wollen... ...destroieren... ...le Englisch. Englisch. Wie heißt es? Englisch. Et danach... Ich will... ...zip... ...le kleine... ...le... 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 So, wo ist meine Kanone, Alter? Wo steht die? Da, oder? Dann kommen die LOL-Facts. Ich glaub, ich muss in Rente. Wenn ich den seh, dann schallert's aber richtig in die Rüstung. Frechheit. Okay, das ist mir... Also, Kanonier ist ja absolut unbelohnt. Hussah, Alter. Frisch scheiße, du Arschloch! So, Level... Aha, da sind die Raketen. Der hat mit seiner Rakete gerade fünf Mann weggebrutzelt. Aber jetzt kommt Hanno Bliot. Ich sag's dir. Schnell mal raus. Jungs, der hat sich schon auf euch eingeschossen, ne? Ich weiß nicht, ob ihr unbedingt die Position... Jungs, ich sag euch, ihr solltet wirklich da ein bisschen weggehen. Da kommt ihm schon die nächste Rockemo, Alter. Na gut, ihr macht das schon, ne? Vive la France, Alter. Guck mal, der ist einzeln. Der ist separiert. Den hol ich jetzt. So, ich bin jetzt Offizier, Alter. Linienoffizier. Press Q to issue orders. So, Jungs. So, Jungs. Donne la position! Donne la position! Jungs, ich hab euch Befehle gegeben. Die müsst ihr jetzt aber auch mal... Leute, bitte. Donne la position! Bildet ihr ne scheiß Linie, Alter! Hallo, hallo! Ja! Ey! Macht ne scheiß Linie, ihr Affen! Das ist desertiert! Ich will, dass ihr ne Linie macht! Okay, wir lösen das hier auf. Ich nehm den. Keine Ahnung, was das ist. Oh, es wird schon Tag, Alter. Die Schlacht geht die ganze Nacht, Alter. Unnormal. Unnormal belohnt. Äh, Belohnement. So, ich schließe mich jetzt hier so im Regiment an. Waiting for order. Was heißt das? Okay, er hat gesagt Charge, Abfahrt. Ey, warum gehorchen die dem? Ja, da geht's! Oh, die Daztau! Oh, weggemacht! Weggemacht, Mo! Scheiße, ich bin von... Ihr müsst... Wir haben keinen Arzt! Le Docteur! Et... Nöpa! Hele Mom! Moi! Et... Now he beat in the grass, Alter! Wir brauchen nochmal so'n Offizier, Alter. Der war geil! Auf den haben die Leute auch gehört. The British are victorious. 5-9, ey. Äh! Wiruiten uns zufrieden. Das war員. Wir brauchen ja loaded, Alter. Der war geil. Wir brauchen Truth. atie finis sensory talvez... Wir brauchen die sometimes. Aber irgendwelchen Baby Trock. Der war ... Tour. yangthough... Ich ver. Däisiä. requase. Es passiert. Vielen Dank.